Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute einem buchigen Tag, den 20-Fragen-Buch-Tag. Ich habe den bei den Bookfriends gesehen und auch bei Dunkelgefunkel und wurde nicht direkt getaggt, dachte aber, Mensch, einfach für so einen kleinen Plausch hier im November, da bietet sich das doch an, dass ich einfach mal so, ganz frei, 20 Fragen beantworte. Ich packe die Fragen unten in die Infobox, auch Bücher, wenn ich irgendwas verlinke, findet ihr unten und natürlich auch die beiden Videos von den Bookfriends und von Dunkelgefunkel. Also schaut da auch gerne bei den beiden vorbei, wenn ihr den Tag auch gut findet. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr vielleicht die ein oder andere Frage in den Kommentaren beantworten wollen würdet und dann auch macht. Das war jetzt ein ganz schräger Satz, aber ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Lasst uns gerne in den Austausch gehen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Und wir starten mit der Frage 1. Wie viele Bücher sind zu viele für eine Buchreihe? Und das finde ich unglaublich schwierig, weil ich finde, es gibt eigentlich keinen zu viel. Ich glaube, dass durchaus das ein bisschen genreabhängig ist. Das heißt, bei Fantasy ist, glaube ich, da können auch 20 Bücher noch zu wenig sein, wenn man eine große Welt hat, wenn man da viel erzählen möchte, Nebencharaktere noch berichten möchten aus dieser Welt. Ich glaube, dann kann eigentlich keine Reihe zu viel haben. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass bei Thriller-Krimis, wenn man eben so einen, ja, im Grunde Kommissar hat oder einen Protagonisten und um den ganz viele Fälle sich bilden, dass man da vielleicht nach drei, vier Büchern sagt, okay, irgendwann, ja, weiß man, wie der Charakter handelt, wie der Kommissar rangeht, wie Fälle gelöst werden und Ähnlichem, dass das vielleicht ein bisschen langweilig wird. Ich persönlich habe so im Kopf überhaupt keine Reihe, die irgendwie zu lang war. Natürlich gibt es manche Reihe, wo man vielleicht einfach irgendwann merkt, okay, jetzt der erste Band ist zehn Jahre her. Ja, ich bin vielleicht jetzt einfach jemand anders als damals, als ich die Reihe angefangen habe. Aber es gibt ja auch Reihen, die noch total unvorendet sind, wo man sich ja eigentlich auch zum Beispiel noch wünschen würde, dass es weitergeht. Also wenn ich da an Game of Thrones denke, ich glaube, da würden wir alle hoffen, dass es weitergeht. Bei Harry Potter hätten wir uns wahrscheinlich auch gewünscht, dass es noch mehr Bände gibt oder vielleicht die Geschichte tatsächlich von früher auch nochmal irgendwie was erzählt wird. Also ich glaube, da ist der Bedarf definitiv da. Aber so richtig jetzt eine Reihe, wo ich denke, es ist genug, finde ich tatsächlich schwierig, also das so pauschal zu sagen. Ich weiß, dass für manche die Clifton-Saga auch ein, zwei Wände zu vier hatte, weil es dann eben sehr politisch auch mal im mittleren Teil wurde. Aber ja, ich wüsste nicht, ob man das jetzt pauschal sagen kann. Nur eine Trilogie ist das richtige Maß. Ich glaube, wenn jemand eine große Vision hat, dann kann er das auch in eine große Reihe packen. Und wenn man an Cassandra Clare zum Beispiel denkt, die ja diese zwei Trilogien, diese sechster Reihe, die Chroniken der Unterwelt, glaube ich war es, ursprünglich geschrieben hat und dann immer weiter geschrieben hat, andere Charaktere gebracht hat. Natürlich habe ich irgendwann gesagt, mich interessiert es nicht mehr, es ist immer das Gleiche, man ist immer im gleichen Universum. Aber bei Krisha zum Beispiel funktioniert es ja super, dass wir dann eben noch andere Geschichten erzählt bekommen. Hier hält sich Leber Dugu ja auch in der gleichen Welt auf. Also ja, man kann es, glaube ich, einfach nicht pauschal sagen. Zweite Frage. Was denkst du über Cliffhanger? Ja, ich finde die natürlich total gemein und böse und eigentlich braucht es die überhaupt nicht. Aber natürlich, ja, versteht der Autor damit, uns Spannung zu geben, Spannung aufzubauen. Und egal, ob es ein Cliffhanger am Ende von einem Kapitel, von einem Absatz oder von einem Buch ist, ist natürlich dann immer der Wunsch des Weiterlesens. Grundsätzlich finde ich es schön, wenn Teile, also wenn man eine Trilogie hat, wenn die drei Teile zum Beispiel schon so in sich ein bisschen einen Abschluss finden. Also wenn es ein Thema innerhalb dieses Bandes gibt, was zum Abschluss führt. Aber natürlich in Gänze dann im Grunde schon die Trilogie das große Thema ist. Das fände ich persönlich, also recht schön. Das hat man ja auch zum Beispiel beim Herrn der Ringe oder auch wenn ich an Nevernight denke oder Nevermore oder auch an Harry Potter. Ganz viele Beispiele, die das ja genauso machen, dass eben so ein Thema, ein Fall, ein kleiner Teil der großen Geschichte irgendwie seinen Abschluss findet oder zumindest irgendwas geschlossen wird. Und das große Ganze aber dann erst mit der Vollendung sozusagen der Reihe. Das finde ich ganz schön. Aber ich finde Cliffhanger eigentlich ganz gut und spannend. Und ich glaube schon, dass die auch einen einfach zum Lesen weiter motivieren. Und ja, das finde ich auf jeden Fall gut. Dritte Frage. Hardcover oder Taschenbuch? Und mir ist das eigentlich egal, muss ich ehrlich sagen. Mir ist das Format total egal. Ich lese Hardcover, ich lese Taschenbücher. Ich lese auch super gerne hier E-Books, wie ihr wisst. Natürlich ist so von der Handhabung ein Taschenbuch ein bisschen praktischer. Man kann es auch mal mitnehmen. Es ist nicht so schwer. Ein Hardcover sieht natürlich optisch schon schöner aus. Hat auch oft die schönere Haptik und Optik und macht sich natürlich im Regal gut. Preislich, muss ich sagen, sind die Hardcover-Preise mittlerweile extremst weit oben, wo ich mir denke, wo soll das mal noch hinführen? Ja, grundsätzlich ist mir das Format eigentlich egal. Es kommt auf den Inhalt an. Ein Format, was ich total sinnbefreit finde, ist tatsächlich die Broschierte Ausgabe. Und jetzt kommt hier gerade ganz extra in die Sonne rein. Weil da frage ich mich wirklich, welchen Sinn hat diese Broschur? Also wir hatten das jetzt letztens bei einem Arno Strobl in der Buchhandlung. Da ist Sharing broschiert und steht neben die App und Offline, die dann schon als Taschenbuch sind. Und mir ist im ersten Augenblick überhaupt nicht aufgefallen, dass das die Broschur ist. Und dachte, warum passen die beiden Taschenbücher nicht nebeneinander? Wie blöd ist das denn? Also, wobei mir das in der Regel auch egal ist. Aber es ist halt da irgendwie aufgefallen. Und ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen, also die Broschur ist so ein Format, was es für mich eigentlich nicht braucht. Vierte Frage. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch? Jetzt muss ich sagen, bei so vielen Highlights, die ich in diesem Jahr schon hatte, ist das unfassbar schwierig. Ich würde jetzt aber den Wink schon mal geben, dass ihr euch im Dezember wieder auf den Highlight-Adventskalender freuen dürft, wo ich jeden Tag morgens ein Türchen öffne mit einem buchigen Highlight. Es sind manchmal ganze Reihen. Es ist manchmal ein Autor, der mit mehreren Werken vertreten ist. Oder dann eben wirklich ein Buch, was mich total begeistert hat. Und ich kann mich da nicht auf eins festlegen. Also ich würde so sagen, ich habe so eine Top Ten schon im Kopf, wo ich genau weiß, die kommen in den Kalender. Oder zumindest so gemischt mit Buch und Autoren. Aber das jetzt aufzuzählen wäre einfach zu viel. Aber guckt ab dem 1. Dezember morgens um sieben hier auf den Kanal, in den Adventskalender. Und da werde ich euch ganz viele Highlights in kurzer Videozeit sozusagen präsentieren. Die fünfte Frage. Welches Buch hast du zuletzt mit fünf Sternen bewertet? Und das war tatsächlich The Haunting of Evelyn Jones von Phil Hicks. Was ich sehr verschlungen habe, was mir super gut gefallen hat. Was so ein Kinder-Jugendbuch-Märchen mit Gruselanteil ist. Und was mir unfassbar gut gefallen hat. Dieser Blick des unserer Evelyn Jones, einem jungen Mädchen mit Geistergeschichten und ein bisschen gruselig. Und das fand ich richtig, richtig toll. Hat von mir zuletzt jetzt im Oktober fünf Sterne bekommen. Und ist wirklich eine absolute Empfehlung. Sechste Frage. Liebesdreieck, ja oder nein? Und da muss ich gar nicht lange überlegen. Es ist ein Nein. Ich hasse Liebesdreiecke. Ich finde das sowas von unnötig. Und ich finde sowas total merkwürdig. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht, wie eine Protagonistin zum Beispiel manchmal gleichzeitig sich in zwei Typen verliebt. Es muss immer irgendeiner von beiden mehr Gefühlen in ihr anregen, als dass das alles immer gleich ist. Ich verstehe nicht, wenn jemand schon mit jemandem zusammen ist. Wenn wir einen Protagonisten haben, der eine Freundin hat, verheiratet ist. Und dann irgendwie hier läuft eine Assistentin rum, um alle Klischeekeulen rauszuholen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich hasse Liebesdreiecke. Und das finde ich ist überhaupt keine Art der Liebesgeschichte, wie ich sie gerne lese. Ich finde das super anstrengend. Ich finde das super nervig. Und wenn ich dann noch in der Ich-Perspektive von demjenigen drin bin, der dieses Dreieck hat, ich bin nicht so angeödet. Also das ist wirklich was, was ich versuche zu vermeiden. Klappt natürlich nicht immer, weil man es manchmal auch vorher gar nicht weiß. Aber das müsste es für mich gar nicht geben. Ich weiß gar nicht, ob es Johnny Depp war. Also so habe ich das zumindest in Erinnerung ohne Gewehr. Der mal gesagt hat, man liebt nicht zwei Menschen gleichzeitig. Würde man den ersten Menschen sozusagen wirklich lieben, dann gäbe es gar keinen zweiten. Und so halte ich es tatsächlich auch. Und denke mir so, dass das ist so... Ach, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Und warum das so Trend ist. Und warum das in so vielen Liebesgeschichten eine Rolle spielt. Und ich muss auch sagen, dass ich das in Real Life, also so dieses gleichzeitig, weder von Freunden, noch Freundinnen, noch von Bekannten, irgendwie mal mitgekriegt hätte. Also dass man natürlich in einer Beziehung, in einer Ehe ist und irgendwie ergibt sich dann was. Okay, ist vielleicht auch nochmal was anderes als ein Liebesdreieck. Aber so dieses, ich stehe hier in der Disco und zwei Typen, das... Ja, aber gut. Ähm, nein. Die kurze Antwort, nein. Siebte Frage. Welches Buch sollte verfilmt werden? Also ich liebe ja Wohlfühl-Romane und ich könnte mir die auch wunderbar als Serie vorstellen. Ich stelle mir hier zum Beispiel die Romantic Escapes-Reihe als Serie wunderbar vor von Julie Kaplan. Also wo wir mal in Island sind, wir sind mal in Tokio, wir sind in Paris, in Brooklyn. Ganz aktuell in einem Chalet in der Schweiz. Das Buch ist ja jetzt im Oktober erschienen. Ich könnte mir das so richtig vorstellen. So als zwei, drei Teiler pro Buch und dann macht man oder macht man eine ganze Staffel und man ist dann irgendwie eben in dieser Stadt oder begleitet gleichzeitig zwei, drei junge Frauen, die eben irgendwie auf der Flucht sind. Und man hat dann verschiedene Perspektiven und, ähm, ja, hat dann irgendwie so zwei, drei Staffeln für diese sechs, sieben Bücher. Ich stelle mir das richtig toll vor. Man hat da immer irgendwas zu essen, es ist immer romantisch. Wir haben so eine Lebensgeschichte, eine junge Frau, die im Umbruch ist und das stelle ich mir richtig schön vor. Und auch so ein bisschen Richtung Wohlfühl-Roman sind eben die Redwood-Bücher, äh, wo wir eben so ein bisschen vielleicht auch tatsächlich so eine Mischung aus Gilmore Girls hätten. Vielleicht auch Virgin River oder, ähm, da gab es noch Magnolien, irgendwas. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie die Serie hieß. Die hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Äh, wo wir so eine Kleinstadt haben mit liebenswerten Charakteren. Und, ähm, ja, das könnte ich mir als Serie oder auch als Film auch richtig gut vorstellen, dass die sich eben immer wieder irgendwie treffen. Und um aus diesem Wohlfühl-Bereich mal rauszugehen, möchte ich, dass Nevernight auf jeden Fall, ähm, verfilmen wird von Jay Kristoff, weil das wäre eine wahnsinnig geile Serie, die hier in diese Dark Fantasy geht und mit einer tollen, starken Protagonistin einer magischen Welt und so diesem Assassinen-Weg und Rache ist alles. Und das fände ich auch richtig geil. Wäre zwar brutal und bestimmt auch blutig, fände ich aber mega. Ja, und, äh, wenn wir schon bei der Fantasy sind, dann würde ich auch Nevermore super gerne, ähm, als Serie oder Verfilmung haben, weil auch diese Welt finde ich richtig, richtig schön und die war so kreativ und bunt und innovativ und auch überhaupt so diese ganze Vorstellung von Nevermore, von dieser Stadt, ähm, das stelle ich mir auf der Leinwand auch richtig, richtig toll vor. Und, ähm, ja, das wären so meine Wünsche. Ich hoffe, irgendjemand gibt die jetzt hier an Produktionsfirmen gleich mal weiter. Die Steffi würde das gerne sehen. Ähm, ich stehe da auch, ähm, mit Fragen und Antworten gerne zur Verfügung. Ähm, 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 achte Frage. Welches ist dein aktuelles Currently Reading? Aktuell lese ich noch in Soul Food von Elisabeth Akvedo. Ähm, das ist so ein Jugendbuch, würde ich sagen, schon, ja, ein bisschen erwachseneres Jugendbuch. Ähm, da bin ich noch so mittendrin. Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Hat auch ein wunderschönes Cover und es geht um Essen und um eine junge Protagonistin, die, ähm, auch schon ein Kind hat, aber eben doch gerne ihren Traum auch so von der Arbeit in der Küche, von der Köchin im Grunde verwirklichen möchte. Und, ja, das lese ich zu Ende. Und als Hörbuch habe ich das neue Buch von, ähm, Nicola Barot noch auf den Ohren. Da habe ich aber auch gar nicht mehr so viel. Also ich drehe das Video schon ein bisschen früher, äh, als wann ihr das seht. Wahrscheinlich ist tatsächlich mein Körnli Reading, wenn das Video hochgeladen wird, ein anderes. Aber aktuell zum jetzigen Stand ist das, ähm, mein Hörbuch. Das ist ja die Fortsetzung von Das Lächeln der Frauen. Irgendwas mit Die Zeit der Kirschen oder so. Und, äh, ja, dem lausche ich noch ein bisschen. Also da werdet ihr, denke ich, dann auf jeden Fall in der kommenden Bücherwoche auch schon ein bisschen was dazu hören. Neunte Frage. Welches Buch hast du zuletzt weiterempfohlen? Ähm, ja, ein Buch, das ich in diesem Jahr einigen lieben Menschen empfohlen habe und auch, ähm, schon verschenkt habe. Ganz, ähm, aktuell Ende Oktober an eine liebe Freundin ist, äh, ja, Eddie LaRue von V.I. Schwab. Das ist eins dieser Highlight-Bücher, die auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz haben, die auch hier im Regal schon ihren Platz gefunden haben. Und, äh, das mich im Grunde auch zu V.I. Schwab gebracht hat. Ich danach Bücher noch von ihr gelesen habe und ja auch davor noch die Weltenbauen, ne, Weltenreisenden-Reihe. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Uber-Begriff ist. Aber, ähm, ja, wahnsinnig tolles Buch, tiefgründig, emotional, so ein Hauch von Fantasy und irgendwie, wenn hier der Teufel mitspielt und aber dann haben wir auch diesen historischen Fakt, dass sie eben so alleine durch die Zeit geht und was es eben mit einem macht, wenn einem jemand immer gleich wieder vergisst, äh, wenn man im Grunde aus der Tür geht. Und das war so beeindruckend, so toll und es hatte so wahnsinnig schöne emotionale Momente, also ganz, ganz große Empfehlung. Zehntes Buch. Welches war das älteste Buch, Erscheinungsdatum, was du zuletzt gelesen hast? Und das war jetzt im Oktober auf jeden Fall Albträume von Stephen King. Das war aus Anfang der 90er Jahre, also auch knapp 30 Jahre alt. Und die nächste Frage ist dann, was war das neueste Buch mit dem Erscheinungsdatum, was du gelesen hast? Und das ist dann, ja, Game Changer gewesen, auch in der letzten Bücherwoche vorgestellt von Nils Schusterman. Das ist jetzt auch erst Anfang Mitte Oktober erschienen, ist also auch eine Neuerscheinung. Und, ähm, ja, das müsste so ziemlich das neueste Buch gewesen sein, was ich jetzt im Oktober auch gelesen habe. Zwölfte Frage. Wer ist dein liebster Autor und deine liebste Autorin? Und das ist, ach, das ist unglaublich schwierig. Das würde, das ist, als würde meine Mutter nach dem Lieblingskind fragen. Also, natürlich, am meisten gelesen habe ich definitiv von Stephen King. Ähm, Tolkien ist jemand, von dem ich ganz, ganz viel, ähm, auf jeden Fall auch gelesen habe. Auch hier haben wir so die Autoren durchgehen. Ich glaube, ich muss mal so ein bisschen durchgucken. Relativ neu, so seit einem Jahr, definitiv auch Jay Kristoff. Ich finde dem sein, schreibst sie wirklich richtig, richtig großartig. Nils Schusterman finde ich toll. Ich habe auch von Dan Brown einiges Tolles gelesen. Ähm, ja, Walter Mörs hat auch so eine wahnsinnig tolle Fantasie, äh, die mir wirklich sehr gut gefällt. Ähm, ja, zu den Autorinnen. Ähm, definitiv Adriana Popescu. Von der habe ich, glaube ich, die meisten Bücher auch im Regal. Sowohl Jugendbuch als auch, ich sag mal, Erwachsenerinnen-Roman mit Liebesgeschichte. Ähm, ja, J.K. Rowling mit Harry Potter. Wobei, da ist es wahrscheinlich eher Harry Potter als die Autorin selbst, weil alles, was sie sonst so ein bisschen geschrieben hat, nicht meins ist. Gerade auch ihre Krimi-Reihe oder so ist nicht so meins. Ähm, Jackie Felgoot habe ich auch alles geliebt. Was ich gelesen habe, sind auch einige Bücher hier. Äh, Leigh Bardugo mit dem Grishaverse. Das ist natürlich richtig, richtig toll. Ähm, ja, wie ich war, habe ich schon gesagt. Ähm, ja, das ist so von Ursula Ponsnansky habe ich schon einiges gelesen, was ich auch gefeiert habe. Also es sind schon einige Namen. Ich werde wahrscheinlich so ein paar Bücher unten einfach mal reinsetzen. Also da, ach, so einen. Also wahrscheinlich so den ich am längsten lese, wird wahrscheinlich tatsächlich King sein. Ähm, ja, und dann gleich dicht gefolgt wahrscheinlich von, von, ähm, von Tolkien. Ähm, ja, und dann Popescu. Halt wirklich so mit den meisten Büchern, die ich hier so stehen habe. Ähm, ja, wenn man es so irgendwie erklären möchte. Äh, 13. Frage. Bücher lieber kaufen oder ausleihen? Also ich bin definitiv Fraktion Kaufen. Ich bin kein so großer Fan vom Ausleihen. Ich kann gar nicht erklären, warum. Ich war früher viel in der Bücherei. Ähm, ich finde auch die Idee von so einer Onleihe für E-Books überhaupt nicht schlecht. Aber irgendwie, ähm, bin ich da, glaube ich, auch einfach zu ungeduldig, äh, was das Ausleihen angeht bei unserer Bücherei. Zumindest als ich das letzte Mal war, doch nicht immer so das Aktuelle vorrätig hatte. Dass es dann oft halt für lange Zeit schon vorreserviert war. Und, ähm, ja, das ist, ähm, ich bin halt auch so ein Neuerscheinungsleser und dann möchte ich halt nicht, ähm, ja, zu lange auf irgendwas warten. Natürlich könnte man es bei den älteren Büchern sagen, die ich oft tausche oder bei Rebuy Media Mobs mir besorge, die könnte man auch ausleihen. Aber, äh, ich habe das halt auch gerne einfach im Sub und habe es dann vor Augen und möchte mich auch gar nicht so festlegen. Ich bin kein Freund von Leselisten. Würde ich jetzt drei Bücher von der Bücherei mitnehmen, müsste, müsste ich die ja gleich lesen. Ah, ich weiß nicht, ob das bei mir so im Kopf funktionieren würde. Also, ich, ähm, bin da definitiv, ähm, Fraktion kaufen, egal in welcher Art. Und, ähm, ja, das läuft, glaube ich, auch ganz gut. Vierzehnte Frage. Welches Buch, was viele mögen, magst du nicht? Ich glaube, da kann ich aktuell von Grave sprechen, von Tracy Wolfe, dass er sehr gehypt ist und wurde und mir ja so gar nicht gefallen hat. Ich einiges an Kritik hatte, das könnt ihr euch auch im letzten Hörverdruss, ähm, mal anschauen, wenn ihr da noch nicht meine Meinung gehört habt. Es gibt natürlich immer Bücher, äh, die gehypt sind, die man selbst nicht so gut findet. Das ist aber gilt natürlich auch für umgedreht. Ähm, also von daher, aber das wäre so das letzte Buch, äh, wo ich wirklich dachte, boah, haben die Leute, die das feiern, das gleiche Buch gelesen, wie ich. Ähm, ja, ich da gar keinen Zugang gefunden habe. Fünfzehnte Frage. Lesezeichen oder Eselsohr? Also ich, ja, Eselsohren, davon bin ich nicht der größte Fan. Ich habe nichts gegen Markierungen in Büchern, aber ich habe eigentlich immer irgendwie ein Lesezeichen. Meistens wirklich ein echtes Lesezeichen. Manchmal auch einfach irgendwie eine coole Postkarte mit einem schönen Spruch oder, wenn gar nichts zur Hand ist, auch mein Kassenzettel. Aber schon irgendwas, was es bemerkbar macht, dass ich in dem Buch, äh, gerade an der und der Stelle bin. Ähm, Eselsohren, ich habe nichts dagegen, wenn Bücher gelebt, geliebt und gelesen aussehen, aber so ein Eselsohr ist schon, äh, das tut mir so ein bisschen im Herzen weh. Ja, sechzehnte Frage. Welches Buch könntest du immer wieder lesen? Ja, und das ist ein Buch, was ich auch immer wieder lese. Es ist einfach die Harry Potter Reihe. Also ich habe die schon so oft gereadet. Es steckt ja auch gerade mittendrin. Habe jetzt noch Band 6 und 7, äh, vor mir. Das werde ich auch dieses Jahr auf jeden Fall noch, äh, weiterhören und abschließen. Aber das ist einfach Hogwarts. Hogwarts ist einfach was, wo ich super gerne nach Hause zurückkehre, mich wohlfühle und dort ankomme und auch immer wieder neue Dinge entdecke und manches auch schon wieder vergessen habe. Und, äh, das ist was, was ich immer wieder lesen kann und auch immer wieder lese. Äh, natürlich auch Mittelerde. Da habe ich mir für nächstes Jahr ein bisschen was vorgenommen, mal wieder was zu rereaden. Ähm, Herdering und den Hobbit habe ich ja jetzt erst in, vor einigen, also letztes Jahr und vorletztes Jahr gelesen. Aber gerade auch mal so die anderen Geschichten einfach mal wieder eintauchen. Besonders, wenn dann auch die Serie nächstes Jahr kommt auf Amazon. Ähm, ja, aber ich glaube, Harry Potter ist hier definitiv die ultimative Antwort. Siebzehnte Frage. Kannst du während dem Lesen Musik hören? Das möchte ich mit Jein beantworten. Ähm, Musik ohne Text funktioniert sehr gut. Also ich mag es, klassische Musik zu hören, Filmmusik, äh, Hintergrundgeräusche, egal ob das dann ein Fluss ist, der irgendwie Geräusche macht, Meeresrauschen und so weiter. Sowas höre ich super gerne nebenbei. Äh, besonders auch Filmmusik, das klappt auch bei vielen Büchern sehr gut. Und nein, wenn jemand singt. Also das neueste Album von Ed Sheeran oder irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwas von Pink oder Robbie Williams oder gar noch auf Deutsch, das kann ich überhaupt nicht. Also wenn dann irgendwie ein Text in meinem Kopf ist und ich lese, dann bin ich irgendwie raus. Das funktioniert nicht. Also ich bin noch niemand, der, äh, mit Fernsehen irgendwie lesen kann. Das geht schon, aber dann darf der Fernseher auch nicht zu laut sein. Ähm, den Kompromiss muss man ja manchmal gehen. Aber das, äh, ja. Also wenn es nach mir geht, so eine schöne Musik, eine Hintergrundmusik darf gerne sein. Ich finde das auch ganz angenehm, weil dann auch so der Leseflow so ein bisschen mit dem musikalischen Flow kommt. Aber nichts, was irgendwie Text hat. Ach, auch wieder so eine schwere Frage. Ich bin, glaube ich, kein Freund von Entweder-Oder-Fragen. Also ich glaube schon, dass es ganz schön ist, das ist vielleicht auch so ein bisschen genreabhängig, dass es ganz schön ist, wenn man eine Perspektive hat. Aber es ist natürlich auch hilfreich, wenn man durchaus noch zwei andere Perspektiven hat, gerade wenn sich die Leute alle nicht am gleichen Platz aufhalten. Also wenn wir beim Herrn der Ringe sind und wir verfolgen einmal Frodo und Sam und dann aber auch den Rest der Gefährten nochmal in zwei anderen Perspektiven, dann macht das ja durchaus Sinn, weil ja im Grunde Frodo diese Geschichten zusammengetragen hat und natürlich auch die anderen Perspektiven mit einbauen lässt. Allerdings muss man sagen, wenn man an andere Bücher denkt, wo man nur eine Perspektive hat, vielleicht sogar eine Ich-Perspektive, wenn man an die Tribute von Panem denkt, da hat es natürlich durchaus Sinn gemacht, nicht mehr zu wissen als die Protagonistin selbst, weil das eben auch den Reiz der Geschichte ausgemacht hat. Also dass wir nicht wussten, was geschah an anderer Stelle, sondern wirklich nur die Infos hatten, die die Protagonistin in dem Fall auch hatte. Und es hat beides seinen Reiz. Ich glaube, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, ich würde wahrscheinlich mehrere Perspektiven wählen, einfach um so ein bisschen einen Überblick zu bekommen über die Geschichte. Also auch wenn man an Leigh Bardugo denkt und an die Krischer-Reihe, da haben wir ja nur einen Blick, während wir bei dem Lied der Krähen ja verschiedene Perspektiven hat. Das hat beides seinen Charme und natürlich ist auch ein Buch, wo drei, vier Perspektiven sind. Im Grunde ja auch nur eine Erzählung von einer Geschichte, von einer Perspektive. Aber halt, also wenn ihr versteht, wie ich meine. Ja, aber ich würde wahrscheinlich die mit den mehreren Perspektiven vorziehen. Es könnten ja auch zwei sein, das wären ja auch schon mehrere. Ja, wenn man da an Beth O'Leary denkt und Love to Share oder auch an Time to Love, wo wir hier zwei Protagonistinnen haben und jede erzählt uns ihre Geschichte. Das hat natürlich auch schon einfach was. Also ja, ich würde wahrscheinlich die mehreren Perspektiven wählen. 19. Frage. Wie viele Bücher stehen aktuell in deinem Bücherregal? Ich habe sie tatsächlich gezählt. Und ich hatte nicht gedacht, dass es so viele sind. Ich habe ja zum einen mein Highlight-Bücherregal, wo ich glaube, wirklich nur so zwei, drei Bücher sind, die nicht gelesen sind, die aber eben zu Highlight-Autoren und Autorinnen gehört. In dem Highlight-Regal habe ich 110 Bücher. Und das hätte ich echt nicht gedacht. Also so circa. Es könnten auch 112 sein, vielleicht sind auch schon drei, vier neue dazugekommen. Aber so ungefähr 110. Und im Subregal mit Harry Potter, mit Mittelerde und auch meinen Sach- und Reisebüchern, die ja auch in dem Regal stehen und ja schon gelesen sind und nicht so ein Subzehn, da sind es tatsächlich über 150. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das echt 260 Bücher hier sind, das finde ich echt... Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Ich hatte so im Highlight-Regal vielleicht mit 80 gerechnet und so Sub und ja, das Problem ist, bei dem Subregal täuscht natürlich auch einfach, dass man ja... Also ich habe ja zwei Varianten von Harry Potter komplett. Das sind ja allein schon 14 Bücher. Und dann, also ja, und auch bei Mittelerde, da habe ich ja auch drei Varianten vom Herrn der Ringe, zwei Varianten vom Hobbit und so weiter. Ich habe zwei verschiedene Ausgaben von den einen Büchern, den geheimen Geschichten. Also das... Ja. Also 260 Bücher. Ich habe nicht auf den E-Book Reader geguckt, weil da müsste ich ja dann unterscheiden, was ist vielleicht ein Buch, was dann auch im Regal mittlerweile schon steht, weil Highlights ziehen ja oft als echtes Buch ein. Also das habe ich nicht gezählt, aber da werden auch noch mal eine ganze Menge sein. Ja, 260 Bücher hier in diesem Raum. Ja. Ja. Ha, ja. 20. Frage und auch letzte Frage. Welches Buch willst du als nächstes lesen? Und ich habe keine Ahnung. Ich bin noch sowas von unentschlossen. Ich werde jetzt die zwei Bücher erstmal noch beenden, die ich jetzt habe. Und dann, ja, gute Frage, was als nächstes dran kommt. Es liegen hier schon natürlich einige Bücher. Ich habe einen neuen Schusterman hier. Ich habe zwei Bücher von Adriana hier unter ihrem anderen Pseudonym, die mich irgendwie reizen würden. Ich habe mir zwei Bücher auch in Nürnberg gekauft, wo ich mich mit Anker getroffen habe, wo ich denke, ja, das ist natürlich auch was. Das neue Buch von Potsnansky ist hier. Ich habe Mission Erde hier. Ich, ja, mal gucken, was es wird. Ja, ich weiß gar nicht, ob das dann schon die Woche ist oder erst die Woche drauf. Da wird ja dann auch im Leseclub wieder gelesen. Also ich bin tatsächlich, ich habe keine Leseliste. Ich lese es ja frei. Ich greife sehr spontan zu den Büchern. Und ich kann das tatsächlich noch nicht sagen. Aber vielleicht wisst ihr ja, welches Buch ihr als nächstes lest. Oder habt, wie gesagt, Lust, auch die Fragen zu beantworten. Dann sehr gerne in die Kommentare. Ihr findet die Fragen auf jeden Fall in der Infobox. Und, ja, jetzt lange genug gequatscht. Das waren coole 20 Minuten. Ich hoffe, ihr hattet auch, nein, 20 Fragen mit über 20 Minuten. Ich sehe es so aus der Entfernung. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß an dem Tag, an den Fragen und eben auch an meinen Antworten. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.